ich habe so keinen bock mehr aufs lernen ich weiß gar nicht wie das alles werden soll ich habe einfach null motivation mehr und ich fühle mich so ausgelaugt hier ist wieder der fabi von happy hippocampus und ja vielleicht hast du dich in der ein oder anderen szene von eben wieder gesehen und vielleicht bist du aktuell in einer sehr stressigen phase du hast klausuren prüfungen vielleicht ein examen vor dir die wächst vielleicht alles über den kopf du hast sehr viel stress und die motivation sinkt und sinkt und erreicht vielleicht sogar einen tiefpunkt und weißt einfach nicht mehr wie du dich motiviert halten sollst dann bleib dran dann habe ich jetzt einen coolen tipp für dich ja und ich kenne es nur zu gut aus meinem eigenen medizin studium wie es eben ist und wie es sein kann und damit bist du nicht allein ich glaube jeder kennt diese situation aus seinem eigenen studium dass man einfach keine motivation mehr hat einfach ja kein ende am tunnel mehr sieht weil der lernstoff so viel ist und da möchte ich dir jetzt einen tipp geben wie du wirklich in die motivation kommst und wie du dich wieder motivieren kannst es ist ein recht simpler tipp aber er kann umso effektiver sein also wie kannst du vorgehen dass du wieder in die motivation kommst und ich wieder selbst motivieren kannst überlegte einfach mal warum du das ganze magst warum du dir die mühen mit dem lernen aufnimmst warum du dir die ganzen prüfungen das examen antust und so weiter frag dich wirklich mal was ist dein antrieb was ist dein großes warum warum du dieses studio max ja und dann schreibt ihr wirklich mal all die dinge die in dein kopf kommen auf ohne diese wirklich irgendwie zu bewerten oder zu denken oh das darf ich ja nicht denken und es ist doch kein wirklich guter oder schlechter grund schreibt wirklich mal einfach alles auf was so kommt ja und das kann zum beispiel sein ich möchte als arzt kranken helfen ich möchte leute wieder gesund machen ich möchte sie vor krankheiten bewahren ich möchte menschenleben retten es kann aber auch sein vielleicht du möchtest mal später nicht schlecht verdienen oder du magst es weil man als arzt später einen guten ruf in der gesellschaft hat also wirklich schreib alles mal auf was für dich so hoch kommt ja und jetzt kannst du dir vielleicht mal die drei bis fünf wichtigsten dinge herauspicken die für dich auch emotional vielleicht am bedeutendsten sind also frag dich wirklich warum möchtest du medizin studieren ja und die wirklich mal tief in dich rein klar du kannst auch gründe aufschreiben du möchtest die nächste klausur bestehen und so weiter aber was ist das wirklich übergeordnete warum oder was sind die dinge die dich wirklich antreiben dieses studium durchzuziehen und nur wenn du das dann gemacht hast kannst du dir diesen zettel vielleicht mit deinen drei bis fünf top warum's an die wand hängen und immer wenn du in so eine motivation tiefer fällst kannst du diesen zettel herausholen oder auf diesen zettel schauen und dir wirklich bewusst machen und wieder vor augen rufen warum tust du dir wirklich diese ganzen strapazen an und so was dann wirklich auch bei mir medizin studium oder auch noch jetzt dass wenn ich mir wirklich meine warum's vor augen führe dass ich wieder in eine ja ganz andere energie und motivation komme weil mir einfach bewusst wird warum mache ich wirklich das was ich gerade machen will aber vielleicht keine motivation dafür finde ja und diese technik hat mir wie gesagt damals schon meinem eigenen studium sehr gut weitergeholfen und hilft mir aktuell immer noch sehr gut ja und wir von happy hippocampus schreiben zum beispiel posts erstellen merkvideos nehmen solche videos auf und da ist bei mir auch nicht immer so dass ich juhi schrei und top motiviert fürs nächste video bin und da führe ich mir einfach vor augen warum mache ich das ganze und das machen wir einfach um dir zu helfen um dir ein einfacheres angenehmeres studium zu ermöglichen dass du dir zeit und nerven beim lernen sparen kannst mit den lerntechniken und so weiter die für vermitteln oder eben solche techniken wie hier eben und dann komme ich in eine ganz andere energie und bin vom grund auf wieder viel mehr und stärker motiviert als wenn ich mir denken jetzt muss ich wieder ein video aufnehmen jetzt muss ich mir ein konzept überlegen was sage ich da und wenn ich mir dann wirklich so das übergeordnete warum vor augen führt dann komme ich wieder in die energie und motivation und macht die dinge auch ja und schreibt gerne mal dein warum oder deine warum sind die kommentare das hilft und inspiriert vielleicht den ein oder anderen auch und falls dir dieses thema gefallen hat und du uns noch einen gefallen tun möchtest dann lass gerne daumen nach oben da abonniere unseren kanal und auch nicht vergessen das glöckchen zu aktivieren denn es ist mittlerweile so dass du wenn du dieses glöckchen nicht aktiviert hast nicht immer bei jedem video eine benachrichtigung bekommst wenn du es allerdings aktiviert dann bekommst du wirklich immer eine benachrichtigung sobald ihr neues video veröffentlicht in diesem sinn ich wünsche dir ganz viel motivation und kraft fürs lernen und für deine nächste vielleicht klausurphase die ansteht und wir sehen uns im nächsten video macht's gut ciao